Okay, dann fange ich erst mal an. Ja, hallo. Zu meinem Vortrag, trau keinen Benchmark, den du nicht selbst gefälscht hast. Das ist ein Vortrag, in dem es im Wesentlichen um Benchmarks geht, und um Fehler, die man beim Benchmarken machen kann, und um Bier. Im Wesentlichen, warum halte ich den Vortrag? Ich habe im letzten halben Jahr und meine Bachelorarbeit zum Thema besser Benchmarken gehalten, am KIT, beim Lehrstuhl beim Herrn Snelting, und die Idee dabei war einfach zu sagen, ja okay, es werden besonders, sorry, und die Idee dabei ist einfach, es werden viele Fehler beim Benchmarking gemacht, in der Informatik, um diese Fehler zu vermeiden, darum ging es halt in meiner Bachelorarbeit, und das ist auch ein guter Teil vom Vortrag jetzt. Und am Anfang, jetzt mal kurz eine Gliederung, was sage ich hier, am Anfang die Einführung, um zu sagen, warum macht man sehr gern Fehler, und auch meine Untersuchungen in dem Bereich, dann mathematischen Grundlagen, ich habe ganze vier mathematischen Formeln drauf, bitte nicht rausrennen, die sind wichtig und beißen nicht. Und dann noch häufig gemachte Fehler, für die kommt ihr wahrscheinlich her, und im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich dann auch ein Tool namens Temchi entwickelt, das ich dann auch noch kurz vorstellen werde, mit dem man so besser Benchmarken kann. Und dann werde ich noch kurz sagen, worauf ich wirklich beim Benchmarken achten sollte. Aber jetzt zum Anfang erstmal eine Motivation. Das Einführungsbeispiel, das man hier sieht, ist völlig synthetisch, aber ist, wie ich später noch zeigen werde, ein typisches Beispiel. Die Idee ist hier, es wurden zwei Programme, Programm A und B, jeweils 30 Mal vermessen, und der Mittelwert ist hier angegeben. Und man sieht, dass das Programm A anscheinend deutlich langsamer ist als das Programm B, und in einem normalen Vortrag, zum Beispiel auf der GPN oder auch auf anderen Konferenzen, würde ich jetzt sagen, ja, warum Programm B so toll ist, warum Programm A so schlecht ist. Jetzt im Folgenden zeige ich aber die wahre Verteilung dieses Beispiels. Und man sieht hier relativ schön, dass die Situation nicht mehr ganz so eindeutig ist. Dass wir also nicht mehr eindeutig sagen können, dass Programm A schlechter ist oder Programm B besser ist. Und um so diese Ahnung, die man so ein bisschen hat, wenn man das Histogramm anschaut, so ein bisschen zu verdeutlichen, kann man jetzt hergehen und sich statistische Kennwerte ansehen. Zum einen kann man sich das Minimum und das Maximum ansehen und sieht dann, dass, was man schon im Histogramm gesehen hat, die Messberte über einen relativ großen Bereich verteilt sind. Außerdem, wenn man sich den Mittelwert und den Median betrachtet, sieht man, dass beim Mittelwert zwar das Programm B besser ist, beim Median allerdings das Programm A besser ist. Der Median ist, falls es Leute nicht kennen, im Wesentlichen der mittlerste der Werte, wenn man die Laufzeitenwerte größeren nachordnet. Wir haben hier 30 Messungen, also ist es der Mittelwert des 15. und 16. Werts, weil da teilt die Messwerte in eine kleinere Hälfte und in eine größere Hälfte. Und man kann sich dann noch die Standardabweichung anschauen, die ist im Folgenden erläutert, dann noch in den mathematischen Grundlagen. Und man sieht, dass dieses Maß für die Streuung der Messwerte relativ hoch ist. Und man sieht, dass die Mittelwertdifferenz im Vergleich zu der maximalen Standardabweichung sehr, sehr klein ist. Und wir sehen später eine Faustregel, die besagt, dass wenn die Standardabweichung kleiner als die zweifache, kleiner als die doppelte Mittelwertdifferenz ist, das dann erst signifikant ist. Oder andersrum. Ja, wir sehen später noch. Jetzt kann man dann noch später einen statistischen Test drauf werfen. Und da kann man dann sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es keine signifikante Differenz zwischen den beiden Laufzeitenverteilungen gibt, um die 32 Prozent ist. Und üblicherweise wird man das Ergebnis dann verwerfen. Aber die Sache ist, am Anfang haben wir die Grafen gesehen. Wenn wir uns die nochmal betrachten, dann ist die Situation für uns eigentlich eindeutig. Wir sagen ja, okay, wenn der Vortragende uns sagt, Programm B ist total toll, dann glauben wir es ihm bald. Das sieht doch jeder. Es ist leider nicht so, wie wir gerade eben gesehen haben. Und das ist einer der Fehler, der so häufig gemacht wird. Und jetzt kann man sich überlegen, ja, es ist ein synthetisches Beispiel. Wie oft passiert das in der Praxis wirklich? Und deswegen habe ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit auch eine Metaevolution von Publikationen durchgeführt. Dabei habe ich rund 150 Publikationen an vier hier nicht namentlich genannten Lehrstühlen am KIT, an der Fakultät für Informatik betrachtet. Im Schnitt habe ich von jedem Lehrstuhl rund 30 Publikationen betrachtet. Die Idee dabei war, dass ich bei jeder Publikation geschaut habe, okay, wenn Messwerte angegeben wurden, die halt so richtige Messungen, wo ich dann Mittelwerte und Minima habe, wurden da Streumaße angegeben. Streumaße ist zum Beispiel Standardabweichung oder auch Fehlerbalken. Und einfach nur die Aussage, hey, die Streuung ist in den Messwerten gering, deswegen ignoriere ich sie einfach. Das habe ich schon gezählt und was man hier recht schön sieht, dass bei Großteil der Publikationen, im Schnitt bei 90 Prozent der Publikationen, keine Streumaßangaben dabei waren. Das ist einfach sehr, sehr irritierend, weil man sich so denkt, die sind wichtig. Wir haben es im Motivationsbeispiel gesehen und trotzdem macht es einfach niemand. Und jetzt war halt die Frage, warum macht das niemand? Und jetzt habe ich einfach mal Doktoranden an allen vier Lehrstühlen gefragt. So, hey, ich habe da eure Ergebnisse gesehen, sieht irgendwie total doof aus. Habt ihr da vielleicht einen Fehler gemacht und warum macht ihr das? Es mag ja auch gute Gründe geben und einer der Gründe ist Zeitdruck. Wenn ihr eine Publikation schreiben müsst, dann heißt es halt, okay, in der Woche ist Paper-Deadline und dann müsst ihr die Daten haben und so eine Standardabweichung ist halt nun mal nicht wirklich was, was ihr sagt, ja, das ist unbedingt wichtig, weil es unterstreicht meinen Punkt nie. Das ist was, was einfach nur aus der Methodik heraus resultieren sollte. Und natürlich auch die meisten Peer-Reviewer ignorieren das auch. Es gibt wenige Peer-Reviewer, die wirklich einen zwingen, Streumasse anzugeben. Deswegen macht es einfach niemand, weil wenn wir es nicht brauchen, dann lassen wir es halt, dann sparen wir uns die Arbeit. Und auch den Platz. Das Problem ist, dass in Publikationen der Platz sehr beschränkt ist. Und da ist natürlich jeder Satz oder jede weitere Spalte in der Tabelle Platz, den man nicht für eigene Ergebnisse verwenden kann. Und am Ende ist es natürlich auch Unkenntnis. Also die meisten Informatiker haben nur eine Schmalspur Statistikvorlesung, wenn überhaupt. Und die ist dann im dritten Semester, wenn Informatikern in die Richtung kommen, dass sie Publikationen schreiben, in die Richtung Master oder Doktor arbeiten. Dann ist die Statistikvorlesung schon diverse Jährchen her. Und das führt dazu, dass eine der meistgesagten Aussagen von wegen, warum geben sie es nicht an, da schlichtweg Unkenntnis. Das ist eigentlich deprimierend für das Feld der Informatik, dass wir sagen, die Leute wissen einfach nicht die Bedeutung um der statistischen Grundlagen. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich jetzt im Folgenden die mathematischen Grundlagen noch gebe. Wichtig, ich habe zwar gezeigt, dass es da methodisch Inkorrektheiten gibt, aber das heißt nicht, dass die ganzen Publikationen per se schlecht sind, sondern es gibt natürlich Publikationen, beweisen ihre Aussagen noch auf andere Wege und zeigen sie. Deswegen heißt es einfach nur, dass wir hier in der Informatik einen Fehlerbereich haben, den wir beackern sollten. Anscheinend gab es in den 90er malen Versuch von Herrn Tichy auch in der Informatikfakultät, kennen vielleicht Leute, hat das Versionskontrollsystem RCS erfunden, den Versuch einfach die Ergebniserfassung in der Informatik zu verbessern. Da hat sich allerdings in die Richtung nicht so viel getan, wie wünschenswert wäre. Aber ja, in der Praxis ist es natürlich, wenn wir außerhalb des Akademienbereichs gehen, ist es natürlich auch ein Problem. Jetzt im Folgenden, wie schon gesagt, die mathematischen Grundlagen. Am Anfang so ein paar Begriffe, die ich im Späteren verwende. Zum einen sind es die Messwerte. Ich betrachte im Normalfall einfach die Messwerte x. Das ist einfach eine Menge von Messwerten x1 bis xn. Die Ordnung ist in dem Fall total unwichtig. x, i ist hier bei der i-te Messwert. Also irgendeiner, das verwende ich, um in einer Art Schleife drüber zu iterieren über alle Messwerte. Dann x in Klammern i ist der i-kleinste Messwert. Das heißt, ich ordne die Messwerte der Größe nach und das ist dann der, der an der i-ten Stelle steht. Und n ist die Anzahl der Messwerte. Das heißt, wir betrachten n Messwerte, i, x, i. Jetzt am Anfang den Mittel. Das arithmetische Mittel kennen die meisten. Das ist im Wesentlichen die Summe über alle Werte und dann durch n. Das ist recht einfach. Deswegen wird es von den meisten auch einfach nur als Mittelwert bezeichnet. Es gibt allerdings noch verschiedene andere. Zum einen gibt es noch das geometrische Mittel. Das geometrische Mittel ist im Wesentlichen das gleiche wie das arithmetische Mittel. Nur, dass wir halt statt dem 1 durch n eine n-te Wurzel nehmen und statt der Summe ein Produkt nehmen. Und jetzt ist die Frage, ja, geometrisches Mittel haben vielleicht manche gesehen. Ich habe gehört, in neuster Zeit wird es auch in der Rechnerstrukturenvorlesung am KIT zum Beispiel eingeführt. Warum ist das jetzt so wichtig? Der Grund liegt darin, wir haben hier ein sehr simples Beispiel. Wir sehen oben verschiedene Programme. Programmen X, Y und Z. Und die wurden mit jeweils zwei Eingaben gebenchmarked. Im Programm X hat die Laufzeit bei der ersten Eingabe 20 Sekunden, bei der zweiten Eingabe 40 und so weiter. Man sieht hier schön die Werte und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir einen Score berechnen wollen. Das heißt, wir wollen für jedes Programm eine Kennzahl berechnen. Eine einfache Methode ist einfach, wir nehmen die Messwerte relativ zum ersten Programm. Das heißt, wir sagen, das erste Programm bei der Eingabe 1 den normierten Wert 1, bei der Eingabe 2 den normierten Wert 40. Jetzt das Problem, wenn wir hier uns betrachten und sehen wir, dass wenn wir darüber das arithmetische Mittel bilden, sehen wir, dass das dann für X 1 ist, für Y 1,25 und für Z das Gleiche. Wenn wir jetzt allerdings hergehen und das Gleiche machen, wenn wir das Ganze bezüglich Y betrachten und wieder sagen, okay, Y hat hier für die Eingabe 1 die Laufzeit 1, für die Eingabe 2 auch die Laufzeit 1 und so weiter, sehen wir, dass das Ergebnis völlig anders ist. Das heißt, auch die Ordnung von wegen welches Programm ist jetzt das schnellste, ist anders. Was einfach zeigt, dass da, wo so eine Ecke ist, wo wir ganz gut tricksen können, das heißt, je nachdem, nach welchem Programm wir gewichten, können wir raus, können wir sagen, okay, Programm A ist besser als Programm B. Und deswegen verwenden wir das geometrische Mittel. Und wenn wir beim geometrischen Mittel das Gleiche machen, wir betrachten jetzt die Laufzeitenwerte relativ zu X, kommt bei allen 1,0 raus. Wenn wir es relativ zu Programm Y machen, kommt das Gleiche raus und das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, es hängt nicht mehr davon ab, welche Spalte wir betrachten. Und das ist ganz gut, weil es einfach ein Feld gibt, wo wir weniger drauf achten müssen. Deswegen im Allgemeinen, wenn ihr einfach relative Messwerte mittelt, unbedingt geometrische Mittel verwenden. Wenn ihr was anderes macht, dann lügt ihr. Also ein netter Benchmark, ein netter Titel des Papers, wo sie es irgendwie vorgestellt haben wollen, wo die Tabelle auch grob rausstammt, ist so von wegen, du lügst dann, wenn du sowas machst. Und die haben sich dann auch richtig aufgeregt in der Publikation. Aber das mache ich hier nicht, weil ich hoffe, ihr macht das alle schon. Wobei wahrscheinlich eher nicht, aber ja, ich bin realistisch. Jetzt kommt die Standardabweichung. Wie gesagt, das ist eins der typischen Streumaße, die wir heutzutage verwenden. Es ist ein sehr simples, es ist im Wesentlichen die Summe über die quadratischen Abweichungen zum Mittelwert, durch n und davon die Wurzel. Das ist jetzt, glaube ich, die letzte Formel, die ich heute zeige. Also ihr seid quasi mit den Formeln fast durch. Was das im Wesentlichen heißt, angenommen, wir haben eine Normalverteuerung. Die Normalverteuerung ist dieses orange Ding, das ihr da seht. Das ist diese gausche Glockenkurve. Was die Standardabweichung im Wesentlichen heißt, dass im Bereich von dem Mittelwert, der ist hier, zu einer Standardabweichung rund 34% der Werte liegen. Und hinten, wenn jemand schon mal gesehen hat, von wegen 95% Konfidenzintervall, dann heißt das einfach nur, das ist der Bereich, in dem 95% der Werte liegen. Und wenn wir bei einer Normalverteilung haben, dann können wir sagen, das ist der Bereich plus minus zwei Standardabweichung. Und jetzt kann man sich im Rahmen der Standardabweichung noch eine recht nette Faustregel überlegen. Die Faustregel stammt nicht von mir, die stammt von Gernot Heiser. Aber er hat sich schön motiviert, weil das ist einfach eine Faustregel. Da schauen wir uns an, ja, wir haben eine Standardabweichung. Und was können wir damit grob Aussagen über die Signifikanz von Differenzen, zwei Mittelwerte machen? Und die Idee ist dahinter, wir haben hier zwei Verteilungen, die blaue und die rote. Und man sieht offensichtlich, dass der Mittelwert der blauen, die zweifach Standardabweichung, kleiner ist als der Mittelwert der roten. Und jetzt ist die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir jetzt zufällige Messungen aus diesen zufälligen Stichproben rausziehen, das heißt, wenn wir Messungen machen von dem Programm, das die Laufzeitenverteilung der blauen Verteilung hat und von der roten Verteilung, dann sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass bei den Strichproben das Verhältnis genau umgekehrt ist. Das heißt, dass der Mittelwert der blauen Stichprobe größer gleich des Mittelwerts der roten Stichprobe ist, bei rund 8% liegt. Das ist ganz okay unter den Annahmen, die wir gemacht haben. Es reicht zumindest für eine Faustregel aus. Und die Faustregel heißt dann im Wesentlichen, die Mittelwertedifferenz ist signifikant, weil sie größer gleich zwei Sigma ist. Und wenn man sich daran hält, vermeint man zumindest einige Fehler. Jetzt komme ich zu Bier, aber gleich. Jetzt ein statistischer Test, das sind statistische Tests grob. Dafür muss ich jetzt zwei Begriffe einführen, nämlich den Begriff der Hypothese. In der Hypothese, in dem Fall habe ich zwei Programme, die Einführungsprogramme, die Programme vom Einführungsbeispiel gehabt, nämlich das Programm A und das Programm B. Die Hypothese ist in dem Fall, dass die Laufzeiten von A und B ungleich sind. Das wollen wir im Normalfall zeigen. Das heißt, im normalen Benchmark wollen wir zeigen, wir sind besser als die anderen. Also es gibt eine Differenz. Wir wollen in den meisten Fällen, wenn wir eigene Programme schreiben, nicht zeigen, dass wir genau gleich sind wie die anderen. Dann kann man aus der Hypothese die Nullhypothese bilden. Und die Nullhypothese ist quasi die Aussage, dass die Hypothese inkorrekt ist. Wenn die Nullhypothese gilt, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass die Laufzeiten A und B gleich sind. Das kann Statistische Tests einfach rein mathematisch nicht zeigen. Und so ein Statistischer Test berechnet dann halt die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese gilt. Und so ein Unterschied zwischen zum Beispiel den beiden Laufzeiten wird üblicherweise verworfen, wenn die Nullhypothese-Wahrscheinlichkeit größer gleich 5% ist. So ein Statistischer Test ist so ein Standard-Tool, das man eigentlich verwenden sollte. Das ist auch recht einfach zu verwenden. Jetzt ist die Idee, was ist so ein typischer Statistischer Test, den man häufig verwendet, der hat ganz viel mit Bier zu tun. Die Frage ist nämlich angenommen, ihr kennt vielleicht die Guinness-Brauerei, die ist glaube ich ganz groß, gibt es ja auch in Karlsruhe Bier zumindest. Die war auch schon um 1900, so 1906 richtig groß. Und die hatten das Problem, dass sie ja riesige Mengen produziert haben. Und das heißt, dass sie fässerweise und das Bier musste immer vergleichbar schmecken. Und das Problem war dann, sie hatten riesige Mengen, zum Beispiel von Hopfen, das sie einfach eingekauft haben und mussten dann relativ gut rausfinden, ob dieser Hopfen hier in etwa die gleichen Qualität oder die gleichen Eigenschaften hat wie dieser Hopfen. Und was wir jetzt machen, wir ziehen aus beiden Hopfen quasi eine Stichprobe aus, weil den ganzen Hopfen zu untersuchen, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, und den ganzen Laster voll Hopfen haben und wir dann den ganz untersuchen, wenn geht wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Das heißt, wir untersuchen jeweils kleine Stichproben und wollen dann schauen, gibt es da eine signifikante Differenz. Das ist nichts anderes, was der T-Test macht. Der wurde von Herrn Gossett erfunden, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Und der war ein Statistiker, der war angestellt bei Guinness und hat es in seiner Zeit bei Guinness dann erfunden, rund 1608. Und was so ein T-Test im Wesentlichen macht, der vergleicht, der gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass es eine signifikante Differenz zwischen den beiden Mittelwerten der Verteilung gibt. Das ist nicht ganz gleich wie, hey, es gibt eine signifikante Differenz zwischen Verteilung, aber es reicht im Normalfall aus. Und er wird halt häufig verwendet und auch in anderen Wissenschaften, zum Beispiel in der Biologie. Und der T-Test, wir betrachten im Normalfall, wenn wir solche Tests machen, beim Benchmarken zwei Stichproben-Tests, damit vergleichen wir zwei Verteilungen, was den T-Test ausmacht, dass er relativ robust gegenüber komischen Verteilungen ist. Es gibt natürlich noch andere Tests, aber die wir hier nicht behandeln, weil damit kenne ich mich auch nicht total gut aus und euch langweilst wahrscheinlich auch eher. Jetzt kommt der wichtige Teil, also quasi der Teil, für den ihr wahrscheinlich hier seid, wenn es ums Benchmarken geht. Nämlich es geht darum, dass sich häufig gemachte Fehler zeigen. Einen der häufig gemachten Fehler, das kann man sich wohl denken, nachdem ich jetzt so die Einführung gemacht habe und alles, ist, dass die Signifikanz der Daten nicht betrachtet wird. Das typische Beispiel ist, dass ein Streumass nicht angegeben wird. Und ein weiteres Beispiel ist, dass man einfach nicht solche, zum Beispiel Standenabweichungs-Faustregel betrachtet oder auch, dass man keinen T-Test drüber wirft, wenn man im Zweifel ist, ob die Daten wirklich signifikant sind. Und man soll zu guter Letzt, was man häufig vergisst, ist vergleichen, wie den Effekt, den ich gemessen habe, wie der zu anderen Effekten steht. Zu allem zeige ich jetzt noch ein kurzes, erläutere ich noch kurz näher. Also was ist so ein Fehler, haben wir am Anfang gesagt, den machen Großteil der Publikationen, also wie gesagt, 90 Prozent der akademischen Publikationen und vier Lehrstühlen am KIT. Die Standenabweichung vergleichbarer Streumass wird üblicherweise halt nicht angegeben. Und ich habe da so eine Aussage von einem Dozenten, den ich nicht namentlich nennen will, weil ich vielleicht bei ihm noch Vorlesungen habe. Er meinte so von mir, also ich habe ja diesen Graphen gemacht, wo ich vorher schon gezeigt habe, wo ich gezeigt habe, dass irgendwie niemand die Streumasse angebt und habe dann halt bei jedem Dozenten mal angefragt, hey, ja, das sieht mir ein bisschen doof aus und könnten Sie es mir mal begründen und warum machen Sie es nicht? Und die Argumentation war dann so ein bisschen überspitzt gesagt von ihm, ja, wir geben sie an, wenn es was ausmacht. Das ist halt eine prinzipiell, die Argumentation ist prinzipiell okay, nur andererseits sagt sie, wir geben sie quasi nie an, weil wenn es was ausmachen will, dann werden die Ergebnisse eher doof und dann lassen wir es eh. Es gibt natürlich noch andere Gründe, das nicht zu machen, aber es war halt schon ein bisschen deprimierend. Der Dozent, bei dem ich auch die Bachelorarbeitern vorgestellt habe, der konnte es auch erst mal nicht glauben, als ich ihm gesagt habe in der Bachelorarbeitspräsentation, ja, übrigens, ich habe hier so, ein Dozent meinte das, war schon lustig, weil es ist eigentlich nicht lustig, es ist irgendwie ein bisschen schade, weil man sieht dann einfach, dass das Bewusstsein, dass wir einfach angeben, wie gut unsere Daten ist, nicht allgemein in der Informatik gegeben ist. Jetzt noch zum möglichen Streumaß, sonst gibt es ja nicht nur Standardabweichungen, ein anderes Streumaß wäre zum Beispiel der Standardfehler, das ist im Wesentlichen die Standardabweichung durch die Wurzel von der Anzahl der Messungen, das ist in manchen Teilen besser, oder auch natürlich Konfidenzintervalle. Wenn wir Grafiken haben, was Informatiker öfters mal haben in Publikationen, dann kann man zum Beispiel Boxbots verwenden, das sind so, kennt man vielleicht diese eckigen Plots, wo ganz viele Punkte aus dem oben sind. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, kann ich denen auch gerne noch zeigen. Und Fehlerbalken, so dass ich zum Beispiel anzeige, bei jedem Wert, wie ist die Standardabweichung jeweils. Und das sollte man auch, eins von denen sollte man auch verwenden, wobei wichtig, wenn ich in der, wenn ich dieses große Diagramm, was ich am Anfang hatte, da habe ich auch schon gezählte Standardabweichungen angegeben, wenn ich einfach nur, wenn mir einfach nur jemand hingeschrieben hat, ja von wegen Standardabweichung klein, deswegen ignore ich sie. Das solltet ihr, wenn ihr eine Publikation irgendwann schreibt oder generell, wenn ihr irgendwo mal Benchmarks macht, unbedingt wenigstens angeben. Das hilft einfach. Ein weiteres Ding, es sind solche Effekte, die man im Normalfall nicht betrachtet. Diese Effekte haben einen schönen englischen Begriff, im Deutschen habe ich es mal in systemische Verzerrung übersetzt. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir eine Abbildung von Daten auf Code haben. Das heißt, wir sehen hier, wir haben hier zwei Cache-Zahlen. Das hier ist die eine und das hier ist die andere. Und wir sehen jetzt, dass die roten Daten einfach in einer Cache-Zahl gut drin sind, die grünen Daten auch und die blauen über zwei verteilt sind. Das heißt, potenziell, wenn wir auf die blauen Daten zugreifen, haben wir zwei Cache-Messes, wenn wir Pech haben. Das heißt einfach, wie die Daten im Cache liegen, hat doch schon eine Auswirkung darauf, wie die Performance von dem Ganzen ist. Das Problem ist jetzt, dass diese quasi diese Aus, diese Lage auf die Cache-Zahlen durch vermeintlich vernachlässigbare Änderungen verändert werden kann. Zum Beispiel durch die größte Umgebungsvariablen. Die Umgebungsvariablen werden nämlich an den Anfang vom Stack gelegt und schieben dann ganz einfach das ganze Adress-Layout runter. Und damit verschieben sie, also überspitzt gesagt, in der Publikation haben sie das mal so auf die Spitze gedreht und haben einfach geschaut, okay, macht so die einfach nur verändernde Größe der Umgebungsvariablen einen größeren Unterschied als die Änderung von O2 zu O3, also Compiler-Facts beim GCC. Und sie haben in einem Fall so beim Teil vom Slack-Benchmark herausgefunden, dass es das macht. Und das heißt halt einfach, ja, das sind halt einfach Effekte, die potenziell halt wirklich große Effekte haben. Und besonders in der Welt, wo wir jetzt sagen, wir haben eine Verbesserung von ein, zwei Prozent, da kann sowas wirklich reinspielen. Das heißt, die haben in der Publikation den überspitzten Fall gebracht, ja, von wegen, da ändert jemand jemand seinen Benutzernamen von Joein, Joe, B oder bla. Und das macht dann schon signifikante Performance-Unterschiede und das ist halt irgendwie deprimierend. Das noch deprimierender ist, ratet mal, wie viele, in vielen Publikationen das Ganze betrachtet wurde, solche Verzerrungen. Eine? So viele? Ja, null. In gar keiner. Und es gibt auch weitere Untersuchungen, dass es auch bei High-Rank-Papern nicht viel anders aussieht. Es ist deprimierend, weil es gibt halt wirklich Effekte und das kommt so in letzter Zeit, dass es da Verbesserungen gibt in die Richtung. Aber ja, es dauert vielleicht noch 20 Jahre. Ich hoffe, dass ich es noch erleben darf, dass die Leute sowas noch betrachten in Publikationen. Ja, ein weiterer Grund ist einfach, dass die Funktionsreihenfolge einen vergleichbaren Effekt haben kann, einfach in Code Caches. Und natürlich auch die Linkreihenfolge, der gleiche Effekt, wir vertauschen quasi das Adressraum-Layout. Und ja, es wird halt nie betrachtet. So schade, aber damit muss man sich abhinden in der Informatik, dass einfach Statistik so ein bisschen vernachlässigt wird und auch solche Effekte. Weil es geht halt doch am Ende um schnelle Ergebnisse. Ich kritisiere es zwar die ganze Zeit, dass wir solche Fehler machen, aber ich kann es auch schon verstehen, weil jede Wissenschaft halt Dinge, die schief laufen. Das ist halt der Teil der Informatik. Jetzt noch ein wichtiger Fehler ist einfach, dass verwendete Setup nicht angegeben ist. Sodass zum Beispiel, was häufig gemacht wird, ist die Hardware-Plattform angegeben. Nur sowas wie, welche genaue Programmversion habe ich verwendet? In der Zeit von öffentlichen Git-Repositories von vielem Code kann man einfach sagen, hey, ich habe von meinem Programm den Git-Commit-Hash, bla, den Git-Commit habe ich verwendet. Es ist nämlich schade, wenn man so irgendwie in den Benchmark re-evaluieren will und dann ist die Frage, wie kriege ich jetzt raus? Das war eine Publikation aus dem Jahr 2011, wie kriege ich jetzt raus? Welche Programmversion die da verwendet haben? Steht nirgendwo. Natürlich, in der Publikation ist nirgendwo Wind. Man kann dann so gessen, ja, die Publikation war irgendwie Anfang 2011. Im Ergebnis war dann, dass ich rumgefragt habe bei einem der Autoren und der hat dann mit, keine Ahnung, mit LS und Stat und allem Möglichen und an Dateistempeln von den Ergebnissdateien rum und dann, es war leicht obskur, macht es den Leuten einfach beim Re-evaluieren und sagt einfach, hey, ich habe die Version verwendet. Wenn ihr ganz nett sein wollt, packt einfach das Ganze, was ihr braucht zum Benchmarken zu einem Zip und dann ist gut und besonders mit den Eingabedaten, nicht, das heißt, ja, ich habe die Eingabedaten, die findest du an der Stelle unter der URL. Irgendwie doof, wenn das eine Seite ist, auf die du selber keine Kontrolle hast, weil dann nehmen sie es runter. Ja, und falls, und wirklich, stellt ein Paket zusammen. Temchi bietet da auch eine Möglichkeit, wie es relativ einfach geht, also mit deduplizierten Paketen und allem, aber da komme ich gleich noch zu sprechen. Jetzt habe ich ja auch die äußere Beeinflussung von Benchmarks noch erwähnt, oder nicht erwähnt, zumindest jetzt erwähne ich es. Wie sie beeinflusst werden können, ist zum Beispiel durch zeitgleich laufende Programme, zum Beispiel Benchmarken und denkt, hey, ich habe nebenher noch mein Terminal oder meine IDE laufen, das wird schon nichts machen. Es kann unter Umständen was machen und besonders, wenn ihr das dann nicht beschreibt, wenn ihr so in eure, eigentlich kommt das in den vorherigen Punkt noch rein, wenn ihr hier einfach nicht reinschreibt, ja, ich habe dieses Programm genau dann und dann verwendet, dann ist es halt schwierig. Die einfachste Methode ist einfach alle, einfach auf einem System zu Benchmarken, auf dem wenig andere Programme laufen. Außerdem muss man noch irgendwie die Temperatur von verschiedenen Geräten, zum Beispiel von der Prozessortemperatur betrachten, von dem Prozessor betrachten, weil wenn die Prozessortemperatur zum Beispiel hoch ist, kann der Prozessor nicht übertanken. Oder schwieriger. Und natürlich auch Festbuttonverhalten. Heutzutage haben wir irgendwie in Festbutton-Caches und SSDs müssen irgendwie Trimbefehle und Blu ausführen. Und deswegen guckt, dass vor jedem Benchmark wirklich, vor jedem Lauf wirklich das System in einem Ruhezustand gekommen ist. Und wenn ihr anfangt, mit Hard Drives zu Benchmarken, so mit richtig diesen rostigen, drehenden Dingern, dann seid ihr eh fern von gut und böse und lasst es einfach. Die haben so lange Latenzen, da können die so doofe Effekte haben. Ich würde davon einfach abraten. Und generell schaut, wenn ihr irgendwie Swap Space braucht, weil euer RAM nicht reicht, dann ist es auch ein schlechtes Zeichen, weil dann welche Daten liegen im Swap, das kann man halt vorher nicht deterministisch sagen und das ist auch doof. Jetzt komme ich noch so zu zwei interessanten Dingen, für die ich auch Beispiele habe. Eins der Beispiele stammt von der letzten HotOS, glaube ich. Das stammt in den netten Paper, wie man hier sieht, Scalability, but at what cost und die Idee ist hier, wir haben irgendwie Big Data, kennt ja vielleicht jeder und da haben wir auch tolle Graphen und einer der Fragen ist halt, ist so ein Graph zusammenhängend und da gibt es halt schöne Algorithmen, die werden auch in Publikationen richtig gezeigt, hey, der Algorithmus skaliert total toll. Zwei Algorithmen, Graph Lab und Graph X und die laufen dann nach 128 Cores und die brauchen dann für so einen Graphen für einen, 42 Sekunden, für einen anderen irgendwie 700 Sekunden. und jetzt hat sich mal jemand überlegt, ja komm, ich habe noch ein bisschen Freizeit, dann schreibe ich mal einfach schnell einen Code selber und guckt dann, hat dann irgendwie rausgefunden, dass er, wenn er sich ein bisschen anstrengt, 150 Sekunden für die gleiche braucht und wenn er sich ein bisschen mehr anstrengt, 50 Sekunden. Jetzt mal irgendwie gibt es irgendwelche, also wichtig, nicht relativ zu den, äh, relativ zum CPU-Kost, sondern einfach nur die gesamte Zeit, die gebraucht wurde. Ähm, gibt es irgendwelche Vorschläge, wie viele, auf welchem System, der das wohl gebenchmarkt hat, wie viel CPU-Kost hat das System, auf dem er die tollen Benchmarks bekommen hat, irgendwelche Vorschläge? So viele? Wenige. Was? Ja. Ein Core. Und es war auch, und dieser eine Core, der war richtig geil, der, das ist also, muss sicherlich in einem High-Performance-Computing-Cluster und alles und total gekühlt und das, nee, es ist einfach ein Laptop-Prozessor, also, der hat auch noch extra hingeschrieben, ja, er hat es noch mit einer SSD gebenchmarkt, weil, SSD ist, neue Technik. Nee, im Endeffekt, was man hier sieht, das Problem ist, dass Algorithmen gut skalieren können, nur, niemand hat wirklich den wahren Grundfall betrachtet. Der wahre Grundfall ist nicht ein anderes System mit 128 Cross, das ist total skaliert, total toll skaliert, sondern der wahre Grundfall ist ein anderes System, das das gleiche macht. Der Grund hierbei ist so ein bisschen, ja, es ist eine schöne Publikation, natürlich der, der wahre Grund, warum man hier deutlich schneller ist, einfach die algorithmische Komplexität von toll parallelisierbaren Algorithmen liegt halt irgendwie, glaube ich, in der Ecke von ein Quadrat, seien Algorithmen, die er geschrieben hat, sind eher N-Log-N und bei Datenmengen, die halt in die diversen Megabyte und sehr, sehr viele Noten gehen bei Graphen, macht das halt was aus. Okay. Ein weiteres, was ich auch noch mehr betrachtet habe, im Rahmen meiner Bachelorarbeit, war einfach, es gab, bis vor kurzem, einen Claim in der GAC-Dokumentation. Der Claim hieß, von wegen, at the moment minus O2 ist unlikely to produce better code than O. Im Wesentlichen, das entspricht, also, was das hier grob betrachtet, ist der HESCLE-Compiler, den kennt man vielleicht, so HESCLE ist so eine Sprache, die Leute, die an der Uni waren, beim Hans Nelting gern gelernt haben und danach wieder vergessen haben, und GAC ist so der Standard-Compiler, für, also Glasgow-HESCLE-Compiler und so. Und jetzt haben die halt in ihrer Dokumentation, schreiben die halt so von wegen O2, es macht keinen Unterschied, ob du O oder O2 verwendest. Die Compiler-Flex, die Compiler-Optimierungs-Flex entsprechen in etwa dem, was wir in GCC haben unter dem gleichen Namen. Jetzt habe ich mir halt einfach mal gedacht, so, das ist doch ein schöner Claim, den kann ich doch mal schnell benchmarken. Habe dann das Language Shootout-Game so ein bisschen re-implementiert, kennen vielleicht Leute dieses Great Benchmarks-Game, habe davon die Algorithmen genommen und habe halt alle einfach mal durchgejagt und mal gebenchmarkt für alle möglichen Compiler, also vom 7er bis zum 8.01er, wobei das dem entspricht der im Januar gerade aktuell war. Und was man hier in der jeweiligen Spalte sieht, ist einfach der Prozentsatz der Programme, bei denen es eine signifikante Differenz zwischen den Programmlaufzeiten einmal ausgeführten, einmal mit O und einmal mit O2 der zweiten Spalte gibt. Und dabei habe ich halt einen T-Test verwendet, wie wir es machen sollen. Jetzt sieht man relativ schön, okay, es gibt in rund 80% der Fälle keine signifikante Differenz zwischen O und O2. Das ist ganz schön. Und wenn wir uns jetzt irgendwie an, und das Gleiche ist auch mit O und ODPH, ODPH entspricht so etwas wie O3 oder OFAS beim GCC und da gibt es halt auch eine signifikante Differenz und der Unterschied zwischen O2 und ODPH ist halt im Mittel vernachlässigbar. Und ja, das habe ich dann mal jemandem gezeigt, der sich so ein bisschen auskennt, Joachim Breitner, der macht hier auch, glaube ich, einen Vortrag zur Incredible Proof Machine oder keinen Vortrag, aber andere Veranstaltung hier. Und der meinte dann, ja, okay, klingt ganz cool und hat das irgendwie committed und das Ergebnis ist, dass seit der 8.01er Variante dieser Claim nicht mehr in der Doku drin vorkommt. Yeah. Ja. Das hat wahrscheinlich niemand bemerkt, aber ich fand es ja toll. Das war die einzige reale Auswirkung meiner Bachelorarbeit. Was irgendwie ein bisschen deprimierend ist, aber ja, zumindest ist das schön. Das heißt, wenn ihr demnächst mal irgendwie wieder Hashtag kompilieren wollt, was ihr täglich machen wollt, dann denkt man mich. Am Ende sieht man einfach wichtig, wenn ihr irgendwie Claims habt, so von wegen, meine Performance ist total gut und klar, dann benchmarkt die auch wirklich, weil nichts ist schlimmer, wenn dann jemand später kommt und sagt, ja, ich hab's nochmal nachgebenchmarked und hab rausgefunden, dass ihr einfach nur, wahrscheinlich hat der Claim vor 10 Jahren gegolten, aber es hat sich halt niemand drum gekümmert, den regelmäßig zu benchmarken. Aber ja, weitere Fehler, die man noch machen kann, jetzt noch kurz in so eine Zusammenfassung sind, dass man natürlich zu wenige Läufe verwendet. Wenn man drei Läufe verwendet, dann ist man halt fern von gut und böse. Im Schnitt werden rund 10 Läufe bei Benchmarks verwendet. Ich würde vorschlagen, dass man so 15 bis 20 verwendet. Hängt einfach auch davon ab, wie lang ein Benchmarklauf geht. Wenn ihr im Bereich Compiler-Bau seid, da habt ihr Speck-Benchmarks, die dauern halt ein Stück zwei Stunden oder so. Da 100 Benchmarking-Läufe zu machen und besonders, wenn ihr noch mehrere Dinge machen wollt, ist eher nicht so gut. Aber begründet das dann wenigstens am Ende und verwendet so viele Läufe wie möglich. Dann verwendet natürlich das arithmetische Mittel statt dem geometrischen, äh, andersrum, verwendet das geometrische, äh, ja, da ist ein Typo dran, gut, verwendet natürlich das geometrische Mittel, wenn ihr das arithmetische Mittel seid, dann macht ihr einen Fehler wie viele Informatiker, aber macht den nicht, verwendet das geometrische Mittel für die Zusammenfassung Relative Scores. Und noch ein Fehler, den ich jetzt noch gar nicht betrachtet habe, war, überprüft, dass viele Leute einfach, ähm, bei Benchmarks nicht die Ausgabe der Programme überprüfen. Wenn das Programm halt irgendwie Mist ausgibt, dann kann die Performance noch so gut sein, aber wenn euer Programm, das ihr gerade gebenchmarkt habt, nicht funktioniert, dann ist der Benchmark auch so ein bisschen doof. Ähm, ja, also kümmert euch drum, weil Benchmarking ist sehr, sehr schwierig, auch um es korrekt zu machen, es ist eine Wissenschaft für sich, das, was ich auch mit mathematischen Grundlagen gezeigt habe, ist nur ein kleiner Ausschnitt davon. Wenn ihr mit einem Statistiker redet, dann werdet ihr euch am Anfang erst mal sagen, wie ein Dozent, äh, den ich nicht namentlich nennen will, äh, an der Mathefakultät, der dann anscheinend in Vorlesungen über die ganzen Ingenieure und Naturwissenschaftler reintet, die die Statistik total nicht können und alles, äh, gerüchtet sich zumindest, ähm, ihr könnt mit einem, ihr redet mit einem Statistiker eures Vertrauens und schaut da wirklich drüber, ob ihr da Fehler macht. Das, was ich euch gezeigt habe, ist nur eine Handreichung, die dazu führt, dass ihr bessere Benchmarks macht, als viele im akademischen Bereich. Aber ich habe dann am Ende auch noch Ressourcen, da stehen dann auch noch so ein paar Links, da könnte ich weiter reinlesen. Jetzt komme ich zum Temchi-Teil, das ist jetzt quasi der letzte Teil. Temchi-Teil ist halt das Tool, das ich entwickelt habe, im Rahmen meiner Bachelorarbeit, ähm, falls es Leute nicht lesen können, das ist so eine alte Uhrenwerbung, die ich halt hergenommen habe und die so ein bisschen umgedichtet habe, äh, so von wegen, äh, Benchmarking, oh my dear friend, is pretty hard, Temchi for those who want to make better Benchmarks, Temchi-Teil ist ein in Python 3 geschriebenes Werkzeug, da habe ich jetzt fünf Monate dran gearbeitet, irgendwie, irgendwie 10.000 Zeilen Code und alles und kann sogar Caches ausschalten, wenn ihr es unbedingt wollt, hat dafür ein Betriebssystem und Modul, das ihr reinladen könnt und solche. Es unterstützt verschiedene, äh, Benchmarking-Werkzeuge wie zum Beispiel SPAC oder Perfstat, die wirklich Zeit messen, mit Perfstat habt ihr auch Zugriff auf solche nativen, äh, CPU-Performance-Counter, was häufig ganz interessant ist. Und dann unterstützt die Programmrandomisierung, das heißt, dass ihr solche systemischen Verzerrungen einfach Backup, zum Beispiel linke Reihenfolge, Randomisierung oder auch die Randomisierung der größten Umgebungssache habt. Außerdem ermöglicht es die Separation von verschiedenen Prozessen, das heißt, dass ihr andere Prozesse zum Beispiel ausschalten könnt oder stoppen könnt während ihr Benchmarkt und auch die Paketierung, das heißt, ihr könnt sonst Hemdji-Pakete zusammenbasteln, die dann total toll sind, die könnt ihr dann verteilen und dann kann jemand das relativ einfach reproduzieren. Benchmarkt. Außerdem erzeugt aussagekräftige Reports. Hier haben wir das Einführungsbeispiel vom Anfang und was Temchie aus, der Graph stammt jetzt aus Temchie, das heißt, Temchie hat den Graph selbst die Latich-Variante definiert, ausgegeben. Natürlich, Laufzeit und Sekunden stand nicht dabei, weil Temchie keine Ahnung hat, ob das jetzt Sekunden, ob das Katzen oder Frösche sind, was ihr da gerade misst. Temchie würde einem da ganz viel Rot angeben und einem dann sagen, pass auf, es gibt viele Fehler, die du bei der Interpretation machen kannst. Einer der Fehler war zum Beispiel, dass Temchie einen Hinweis, so von wegen, ich habe einen T-Test drüber geworfen und die Ergebnisse sehen nicht wirklich signifikant aus. Wie Temchie jetzt noch grob aufgebaut ist, ist es einfach, es gibt ein Build-Tool, das kümmert sich so um das Bilden vom Programm, also so, damit ihr so eine Programmrenomisierung machen könnt. Daraus fliegt dann eine Jummel-Datei. Jummel ist sowas in die Richtung wie JSON, nur viel lesbarer. Und dann könnt ihr das zum Beispiel Temchie-Exec geben und Temchie-Exec ist nichts anderes wie das macht die, das macht die wirklichen Benchmarks. Das wirft euch dann eine Datei raus, wo die Ergebnisse drinstehen und das wiederum in eine Jummel-Datei und das könnt ihr dann Temchie-Report füttern und das produziert euch dann zur Zeit schon HTML, so richtig schön fancy HTML5 und CSV und so ein Console-Output und alles. Und Temchie-Report werde ich jetzt auch gleich noch im Beispiel, in der Demo zeigen. Und wichtig, diese ganzen Jummel-Dateien kann man sehr gut auch von Hand editieren. Also das war eigentlich das, was ich auch als ich das Benchmark, als ich das Great Language Benchmarks Game reproduziert habe, habe ich im Wesentlichen solche Jummel-Dateien produziert. Ihr könnt alles selber schreiben und es ist sehr offen, das heißt, ihr könnt auch selber ein Benchmark-Tool schreiben und die Ergebnisse dann einfach Temchie-Report geben und es freut sich drüber und erzeugt euch so tolle Benchmarks. Temchie ist auch recht einfach zu benutzen, das war eines der Ziele bei der Entwicklung, das heißt, ihr könnt es einfach verwenden, es hat eine Set-Shell auf der Bash-Tab-Completion, die automatisch generiert wird und es hat so Settings-Dateien auf dem fancy Stuff. Und im Wesentlichen, das zeige ich jetzt gleich noch in der Demo, aber kurz noch, man kann so ein Paket für dieses LS-Versus-LS-Punkt-Punkt-Beispiel kann man hier ein Paket recht einfach erzeugen, das wirft einem dann den Zip raus und man ist fertig. Und das kann man dann ausführen auf einem anderen System und noch so ein tolles, tolles, exotisches Feature, weil ich einfach kann, Caches ausschalten, man sieht, Caches sind wichtig, also mit Caches, da ist es deutlich kürzer und das ist lustig. Also Temchi kann das, ihr könnt einfach minus minus disable Cache angeben beim Benchmarken und das disabelt euch den Cache für die Zeit. Gerne? Ja, die Idee ist also, die Idee ist bei Temchi, das lädt das Betriebssystem-Modul, das macht nichts anderes als den Cache zurückschreiben und dann den Cache quasi ausschalten und dann, wenn Temchi fertig ist, dann arbeitest du bitte normal. Okay. Ne, das funktioniert noch nicht. Ich wüsste auch nicht, wie man das konkret macht. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Da können vielleicht die Betriebssysteme Leute mehr sagen. Zum Beispiel die Person, die neben dir sitzt. Aber ja, jetzt komme ich noch zur Demo. Ich glaube, ich habe noch um die 20 Minuten Zeit. Hoffe ich zumindest mal. Könnte ich das Mikro haben? Das wäre sehr cool. Hallo, Technik. Ach, kein Problem. Dann tippe ich halt das Bit. Okay, Temchi ist so gut benutzbar, dass ich sogar einhändig das benutzen kann. Das lebe die Tab Completion. und also hier hier seht ihr irgendwie, was ich dann kann es jeder lesen. Gut. Die Idee ist jetzt, dass ich so ein bisschen länger brauche. ich tippe jetzt mal mit der rechten Hand, das geht besser. Also hier seht ihr Temchi und jetzt kann ich sagen, was würde ich denn hier machen. Also so ein Beispiel, was ich jetzt mache, so Temchi wie Short verwenden. Sonst das erleichtert es mir halt, ich muss keine Konfigurationsdateien schreiben. Ihr seht, ich habe auch für Setchall so irgendwie Dokumentation noch dabei. Das erleichtert die Bedienung besonders, wenn man das Tool seit zwei Monaten eher weniger verwendet hat, weil die Batch Arbeit ist seit zwei Monaten rum. Wie man kennt, die Motivation danach noch, das Tool den ganzen Tag zu verwenden, ist gering. Also aber zumindest, was man dann macht, man kann minus WD einfach sagen, hey, benchmark mir das Programm und ich habe gehört, dass nebenher der Emacs-Vortrag ist und deswegen will ich jetzt natürlich Emacs versus Wim benchmarken. Because I can und und ich bin übrigens ein Wim-Mensch. Also ich verwende es nicht häufig, aber ich finde Emacs Emacs ist doch einfach nur was was, 8 Megabytes und constantly swapping. Okay, Wim-Minus help. Ich finde das help-Kommando ist eines der wichtigsten Kommandos bei einem Tool. Jetzt könnt ihr, was ihr machen könnt, ihr könnt verschiedene Runder auswählen, die euch wirklich so die Messung erlauben. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel sagen, ich würde gerne so eher usage, pervstart oder ein specartiges oder einfach normal Time Utility verwenden. Dann verwende ich mal pervstart, der gibt einfach deutlich mehr Informationen. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Sagt mir jetzt, hey, ich hätte gerne noch Root-Rechte, weil Prozess-Operationen und bla. Ja, die Daten sehen jetzt irgendwie interessant aus. Damit kann man noch nicht viel anfangen, deswegen finde ich Report-Soll, also grob, man kann damit etwas anfangen, man sieht, dass Wim toll ist, zumindest schneller. Man kann jetzt einen Report erzeugen, da geht über das einfache Kommando tempge-report und standardmäßig werden Ergebnisse unter das hiron-output.draml produziert und dann dauert das ein bisschen. Wichtig, das erzeugt ganz fancy HTML5 und ganz fancy viele Grafiken, diverse Megabyte, das läuft gerade auf vier Kern vor Last, also auf mein ganzes System wird freut euch, wenn ihr acht Dinge in den Report mit acht Run-Blöcken erzeugen wollt, dann erzeugt das Ding euch einen 50 Megabyte HTML-Datei mit ganz viel JavaScript und Bildern. Das ist ein schöner Test für Browser, wenn ein Browser nicht abstürzt, dann ist er gut. Firefox stürzt, glaube ich, ab. Zumindest auf dem System mit acht Gigabyte RAM, weil er, glaube ich, mehr braucht. Jetzt kann ich mal Chromium verwenden. Und das liegt dann in dem Ordner Report. Ich habe halt so Standefälle, die ich häufig mache. Man sieht hier, ich habe 213 Dateien produziert. Ich habe auch so Latex-Export für Tabellen und für alle möglichen Grafiken gemacht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt und wird auf dem richtigen Bildschirm angezeigt. Ja, wird nicht auf dem richtigen Bildschirm angezeigt. So. Ich hoffe, okay. Man sieht, dass die Bildschirmauflösung eher semi-geeignet ist für das Ganze. Kann es noch jeder lesen? Gut. Hier sieht man so im Endeffekt, das sagt uns halt hier oben so ganz viele Errors. So, worauf müssen wir achten. Und hier, das ist dieses Overall Summary. Und was es uns dann halt anzeigt, ist genau die schematische Mittel, was ich gemeint habe. Und was man hier sieht, dass Wim dann, dass im Vergleich Emix versus Wim, das bezieht sich halt auf die geometrischen Mittel, das geometrische Mittel der relativen Differenz. Was ganz komisch zumindest zeigt, dass das Wim besser ist als Emix. Und es zeigt einem, dass ganz, ja, dass in Teilen viel Rot ist, weil wir messen hier einen Haufen Zeugs. Was auch noch interessant ist, für Leute, die sich statistisch nicht so auskennen, wird hier noch mal kurz erklärt, was es macht. Das heißt, das gibt dir an, hey, es ist geometrisch Mittelbring, da oben Wurzeln und Blah und es verweist auch noch auf so ein Paper, das sagt, warum du es verwenden solltest, weil sonst lügst. Das ist bei vielen statistischen Kennwerten so. Ich hoffe, dass es hier auch ist, bei Min ist zum Beispiel angegeben, bei der Standardabweichung beim Mittelwert, beim Channel Arrow, den ich nicht betrachtet habe, bei Min und Blah und es erläutert dann noch. Jetzt kann ich mal hier unten, was vielleicht das Wichtige ist, ist hier, wenn jemand Bock hat, das Ganze nochmal neu zu schreiben, mit ganz viel schönen React und sowas, gerne. Ich habe es schön einfach nur, ich habe ein Status HTML produziert, es war deutlich einfacher, aber, wenn jemand mitarbeiten will, gerne. Was man hier machen kann, man kann die ganze Tabelle als CSV oder als LaTeX exportieren, das funktioniert ganz gut, oder, und auch jegliche Diagramme als Bild oder als LaTeX exportieren, was halt sehr praktisch ist, wenn man eine Publikation macht, man ist nämlich nicht mehr die Aussage, ich habe keine Zeit und bla, sondern hey, das Tool erlaubt es dir zu exportieren. Was man hier sieht, was uns wichtig ist, ist oft die Wallclock, einfach die Zeit, die es wirklich für den Benutzer braucht. Und ja, ich glaube, der Graph ist relativ eindeutig, Wim ist das blaue, Emix ist das grüne, Emix ist besser, yay! Nehmen wir es Ihnen, es liegt wahrscheinlich daran, dass Emix einfach mehr macht in der Hilfsanzeige, aber man sieht hier halt recht schön, dass es mir dann verschiedene Dinge angibt, wie es Konfidenzintervall und ein T-Test draufwirft und sagt, ja, es gibt keinen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es dann eine signifikante Differenz gibt. Und ja, das ist eigentlich ganz cool und man kann ja auch noch so, keine Ahnung, wie man es halt will, man kann draufklicken und sich dann durchklicken und alles anzeigen lassen und blau, das ist fancy und ich hab einen Monat dran gearbeitet und mein Bachelor-Arbeitsbetreuer hat sich so ein bisschen gewundert, warum ich nicht einfach Arbeit mache, aber von schön, es sind irgendwie zwei, es sind irgendwie über anderthalb tausend Seilen Source-Code, insgesamt wahrscheinlich, ich glaube, 3000 Seilen Source-Code, nur um das Ganze zu erzeugen und dann auch Multicore-Support damit es schneller geht und hier bei der Präsentation dann zwei Minuten dauert, aber ja, es macht ganz viel Spaß, das Ding zu verwenden. Ja. Das hier? Kannst du einstellen, ich kann ja mal also du, also was möglich ist, ich glaube, ich unterstütze PNG und SVG standardmäßig. was auch noch ganz cool ist, ich habe hier natürlich noch Tab Completion und kann ich es auch zeigen, HTML2 heißt der Reporter, HTML1 war irgendwie komisch, deswegen habe ich in HTML2 geschrieben, was es hier an Optionen gibt, ich kann halt zum Beispiel auch PDFs generieren für jede Grafik, das mache ich standardmäßig schon, was ich auch machen kann, ist, ich kann für jede Tabelle so ein total tolles XLS-Format generieren, warum? Weil ich es kann, ich habe eine Bibliothek gefunden, die es mir macht, sogar XLS-X, wenn es jemand unbedingt machen will, sogar mit verschiedenen Arbeitsbereichen, ich habe es gelassen, aber ich finde es halt lustig, man kann einen Haufen generieren und es ist auch relativ einfach, neue Dateiformate hinzuzufügen, also denke ich zumindest, und daran habe ich noch ein bisschen rumgearbeitet, generell muss man sagen, dass Temchi relativ schön zu verwenden ist für Einführer-Benchmarks, es hat natürlich unrunde Ecken, es hat natürlich Ecken, wo man sich denkt, hm, könnte man es nicht besser machen, es ist aber in der Hinsicht doch noch verwendbar, weil es halt, der Code ist vollständig dokumentiert und das ist ungewohnt für eine Bachelorarbeit, es besteht sogar der Anfang von der Dokumentation dabei, von der User Documentation, man sieht, ich habe ganz viel, ich habe eine schöne Tab-Completion, gibt es auch nicht so oft, wenn ihr gestern beim Ospark, wenn ihr gestern bei diesem Audio-Talk wart, die Tab-Completion da stammt von mir, weil ich habe so viel Tab-Completion gemacht und nur so, wenn ihr jemals Tab-Completion in Bash und Zatchel schreiben wollt, das ist so creepy, das ist halt Spaghetti-Code und, ach, lasst es, aber es macht Spaß, ich, keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich drei, vier Wochen, bin in Summe, wahrscheinlich drei Wochen dran gearbeitet, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, es macht Spaß, also generell Temchi kann man verwenden, das ist jetzt in der Version, glaube ich, irgendwie 7.5 klar, es liegt auf GitHub und man kann es recht einfach installieren, einfach nur via PIP und es unterstützt gar viel und jetzt komme ich noch zurück zum Vortrag, also ich bin später hier auch noch auf der GPN, wahrscheinlich auch die nächsten Tage, man kann mich dann einfach fragen, ich kenne mich im Benchmarking so ein bisschen aus, wie ich mich ein halbes Jahr mit beschäftigt habe, jetzt gehe ich wieder zurück in meinen Vortrag, schön, habe ich wohl die falsche Taste gedrückt, sorry, so, 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 zumindest, Temchi ist total toll, es hat mir Spaß gemacht, nur Python 3 hat Vor- und Nachteile, ich habe einen strukturellen Type-Checker für geschrieben, wenn ich wenigstens eine simpel Validierung habe, weil untypisiert halt ist ein bisschen komisch, aber ja, zumindest, was jetzt noch kommt, so zum Schluss, dass einfach, was sollt ihr konkret betrachten, also was sind die Dinge, die ihr wirklich mit heimnehmen sollt, ihr sollt natürlich mit heimnehmen, dass Benchmarking schwierig ist und dass ihr euch mal mit beschäftigen sollt und nicht einfach mal, hey, ich fülle mein Time auf der Kommandozahl dreimal hintereinander aus und ich bin der King, sondern betrachtet, was? Ja, wie auch immer, also betrachtet wirklich so, dass die Differenz, die im Mest signifikant ist, verwendet eine Faustregel, verwendet im Zweifel so ein Titus zum Beispiel, fragt bei, wenn ihr irgendwelche anderen Probleme habt, euren Statistiker oder Mathematiker, den ihr so in eurer Bestentasche habt und wundert euch nicht, wenn ihr euch auslacht und sagt, das war gefühlt die Reaktion, die ich von Leuten bekommen habe, von Mathematikern, als ich ihnen gesagt habe, wie oft eine Standardabweichung angegeben wird in Publikationen, was da lustig war, aber ja, und dann sollt ihr auch noch schauen, ist die Standardabweichung erwartbar groß, wenn eine riesige Standardabweichung, also eine riesige Streuung auch am Messwert hat, dann ist irgendwas voll und habt ihr systemische Verzerrung betrachtet halt. Ich würde mich freuen, wenn es in diesem Jahr noch eine Publikation irgendwie vom KIT gibt, dass es wirklich betrachtet, systemische Verzerrung, yay, jemanden kennt, sagt ihm unbedingt mal dranschauen, wenigstens einen Satz erwähnen, ich würde mich tierisch darüber freuen, auch an die anwesenden Doktoratten. Wenn ihr jetzt Ergebnisse publiziert, solltet ihr euch, wenn ihr es so fertig geschrieben habt, mal überlegen, habe ich die Standardabweichung in den vergleichbaren Streuers überall erwähnt, wenn nicht schlecht, dann seid ihr wie, dann ist eure Publikation wie 90 Prozent der Publikationen bei vier Lehrstellen am KIT, also ihr seid in guter Gesellschaft und habt das Benchmarking-Setup genau beschrieben. Und jetzt zum Ende, ich habe noch Ressourcen, wo ihr euch dann einfach nachschauen könnt. Zum einen meine Bachelorarbeit, in Deutsch geschrieben, 80 Seiten, wenn ihr Bock habt, euch da reinzulesen, gerne. Dann gibt es Samji, das ist auf GitHub, ihr könnt gerne Issues schreiben und alles, Gernot Heiser hat eine, das ist so ein Betriebssystemer-Mensch, der hat so System Benchmarks, Benchmarking-Crimes geschrieben, so eine lange Liste und auch eine Vorlesung zum Thema gehalten. Die könnt ihr euch auch anschauen, da ist nochmal eine breitere Liste, als ich hier gegeben habe. Und ich finde, die Publikationen haben so genial, tolle Titel in dem Bereich. Wenn dann halt so eine Publikation, da ist Producing Wrong Data without doing anything obviously wrong. Ihr seid toll, das ist dieses Paper mit den systemischen Verzerrungen an auch so How to not lie with statistics. Das könnte ich auch betrachten, das war die skemetrische Mittelsache und das, was ich auch noch verwendet habe, war dieses Scalability at less cost, dass ihr wirklich den wahren Grundfall verwenden sollt. Ansonsten gibt es noch Fragen? Ich bin soweit fertig. Ja? Ach, ja. Temchi ist eigentlich ganz nett, der Name ist. Das Problem ist, wenn ihr so eine Bachelor-Arbeitsprojekt schreibt und die Frage war, ob der Programmname eine Bedeutung hat. Das Problem ist, angenommen ihr wollt irgendein Programm erfinden, dann müsst ihr halt dem irgendeinen Namen geben, dann könnt ihr einen coolen Namen nehmen wie Borg Backup, das klingt richtig cool. Aber ihr könnt dann auch irgendwie sagen, ja, ich habe irgendwie keine Ahnung, einen coolen Namen zu finden, ist schwierig. Dann schaut ihr euch bei Benchmarking, so Bench ist schon vergeben, Bench Lee ist schon vergeben, die ganzen Namen. Dann überlegt ihr euch, hm, ich habe vor Jahren mal Loschbahn gehört, so eine logische Sprache, die nehme ich dann einfach mal. Temchi ist im Wesentlichen das Wort für einen Zeitabstand, so ganz grob gesagt, in Loschbahn. Schön ist, Temchi wird zumindest im deutschen und im englischen Sprachgebrauch auch sonst nie verwendet. Will er allerdings den Fehler macht, irgendwie mal bei der Google-Bildersuche Temchi einzugeben, lass das während der Arbeit. Da kommen sehr viele Bilder von jungen Frauen, weil Temchi anscheinend zum einen der Name von so einer Bartmanufaktur in Südfrankreich ist und zum anderen ein häufiger Name im türkischen Bereich. Ja, noch eine Frage. Ja, es gibt viele Dinge, aber ich habe halt Temchi gewählt, weil es cool klang und am Anfang war es ein Provisorium und dann konnte ich jedem erzählen, Loschbahn ist total toll und dann habe ich ihn gelassen. Gibt es sonst noch Fragen? Ja. Also die Frage war, ob ich Temchi mal gebenchmarkt habe. Ihr habt ja diesen Report gesehen, natürlich, ich habe den Report gebenchmarkt. Ich habe auch Temchi selber in guten Teilen gebenchmarkt. Wenn die Report-Generierung, dann macht es halt schon was aus, ob der Report zwei, drei Minuten dauert. Also ja, ich habe schon Meta-Benchmarks gemacht. Ich hatte auch schon die Idee im Rahmen meiner Bachelorarbeit ein Benchmarking-Benchmark-Tool zu schreiben, für ein Benchmarking-Benchmarking-Tool zu schreiben. Das habe ich dann gelassen, mir die Zeitlei gefehlt. Ja. Kurze Frage, Temchi Exec erzeugt die Laufzeitumgebung für den Benchmark und läuft dann auch, lässt das Programm laufen. Jetzt ist die Frage, hast du den Overhead von Temchi Exec auch gebenchmarkt? Natürlich, es gibt einen gewissen Overhead in die Richtung. Die Idee ist, dass der einzelne Lauf, den ich wirklich messe, von anderen Programmen gemacht wird, wie zum Beispiel Perfstat. Natürlich hat es einen Overhead, deswegen Temchi kann man, sollte man nicht für Programme verwenden, die im Millisekundenbereich laufen. Es wurde schon dafür verwendet und es gibt anscheinend einigermaßen sinnvolle Ergebnisse, aber ich würde es nicht dafür verwenden. Es ist dafür da, ihr habt länger laufende Programme. Und Micro-Benchmarks und sowas sind eh eine ganz andere Geschichte. Damit habe ich mich nicht beschäftigt. Das ist auch krank. Dankeschön. Vielen Dank.